das ist übermorgen das ist morgen verdammt falsches datum gut das muss ich direkt mal ändern ja moment es ist ja morgen nicht heute und schon korrigiert also nicht am 23.4 sondern am 24.4 morgen ja ich weiß ich habe das falsche datum eingestellt dann heute um 20 uhr stream der gute drake jetzt kann ja auch nicht mehr allzu viel passieren denn wir haben ja jetzt gespeichert und kann man ganz schön hier feilen guck auf den bildschirm nicht auf den chat lerne verstehe ich kann es auch so machen so kann es auch machen so passen ich kann ich bestimmt gleich verlieren den verliere ich bestimmt gleich oder 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 knapp daneben ist auch vorbei so blind gut hammers 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 ah wurscht ach das war das secret exit oder was ok müssen wir mal schauen dass wir das reguläre exit noch finden sollten wir es brauchen müssen wir mal gucken ach du scheiße ich weiß was es ist das sind diese hässlichen diese hässlichen paar käfer oder oder diese parapetel ja parakefer alles klar gut dann suche ich doch lieber erstmal den anderen ausgang alter die parakefer also gibt es hier noch einen regulären ausgang hätte ich mir fast denken können bei mar visual hey mama mia tschüss haha okay das war nicht so cool diese paar käfer die stinkten schon ganz schön Die will ich eigentlich nicht machen wollen. Na ja, gut. So. Ah. Ja, komm schon. Du Eichelpilz, du. Du Eichelpilz. Da, da, da. So, aber hier muss doch irgendwo dann der reguläre Ausgang sein. Ich meine, wenn ich hier nicht runterfallen darf, dann... Ich befürchte, der ist... hier. Hi, Quälenzer. Oder? Ja, wir haben ihn. Aber wir kriegen noch One-Up. Schön. Auf jeden Fall nochmal besten Dank an Drake für diese tollen Audioaufnahmen, die ich hier in meinem Stream für die Notifications verwendet habe. So, Gemaltvermeisterhand ist ein geiler Level. Das ist ein geiler Level. Was machen wir? Wasser oder nicht Wasser? Wie wäre es mal schön? Tauchgang der Gesichtswesen. So, gab es denn hier nicht irgendwo gleich einen Shortcut? Meine ich doch. So? Ja, dachte ich es mir doch. Ja, ich komme gerne auf dich zurück. Sehr gerne sogar. Ach du meine Güte, hier gab es ja auch so ein paar Level. Aber ich werde jetzt nochmal den regulären Weg gehen. Wir wollen uns ja schließlich den Level angucken. Schieden ist es eigentlich nicht, weil es ist bloß ein normaler Weg, der in diesem Spiel vorhanden ist. So, da ich aber Unterwasser-Level liebe, wie... Ja, also ich mag sie einfach. Ich finde es einfach cool. Ah, Knachfische. Also wenn man sich wirklich nicht um die... Okay. Also Eis-Level, die kannst du behalten. Wasser-Level finde ich cool. Ja. Ich glaube, der Dortrobeln-Place macht sich hier einen Spaß mit mir. Das muss ich mal gucken. Lieber der Dortrobeln-Place, solltest du dafür Münzen bekommen haben fürs nochmalige Hosten, werde ich sie dir einfach abziehen. So einfach ist das. Ja, das werde ich auf jeden Fall tun. Ich würde dir hinterher dann die Punkte wieder abziehen, weil es ist einfach nicht fair. So. Danke. So. Gut. Umso besser. So. Ich finde diesen Level finde ich so episch. Grafisch vor allem finde ich den geil. So. Oh. Da kommt die Anni rauscht die Pflanze. Kann man da rein? Kann man da rein? Den Level spiele ich auch sehr gerne in New Super Mario Bros. U. Und die Zeit ist ausreichend. Hey, wir haben schon zehn Leben gesammelt. Genau. Da haben wir das jetzt auch vom Tisch. Aber Secret Access brauchen wir nicht suchen. Vielen Dank. Drake. Die Baby-Yoshis haben Appetit auf Item-Tafeln. Wenn ich pfeife, bringst du bitte von jeder Farbe ein Baby-Yoshis rüber. Mit richtigen Kombinationen von Tafeln kannst du bis zu zwei Items gewinnen. Aber bring mir bloß kein Bowser mit. Sonst hau ich dich und fress dich auf. Was? Du auch? So. Jetzt weiß ich gar nicht. War das jetzt hier ein... Ach, egal. Hopp. Zup. Das hat sich gelohnt. Einen One-Up-Hammer bekommen. So, jetzt müssen wir mal schauen. Geister? Geister. Haben wir dich. Sehr schön. Hahaha. So ist es. Hier ist der Retro-Basti am Start. Wiggler-Wettlauf. Ach du meine. Warte mal. Ah, hier muss ich von einem Wiggler zum anderen sprengen, ne? Ich glaube, ja, aber der war auch ganz cool. So. Ja, ich weiß, ich gebe mir nicht mal Mühe, die Münzen zu sammeln. Hui. Sui. Mann, wie schnell ist man mit so einem Level durch? Erachtlich. Das war aber noch nicht alles. Das war doch noch nicht alles. Das war doch klar. So. Ach du Scheiße. Da gibt es ja Suppe. Ach, da müsst ihr wahrscheinlich auf den Wiggler abspringen. Ach ja. Lieber der Drop-In-Place hat bitte Verständnis dafür. Die Zuschauer, die ich als Moderator erkürt habe, haben auch mein Vertrauen gewonnen. Und können nach freien Stücken für mich in meinem Namen handeln. Und sie sind auch fair. Ja. So, jetzt aber. Komm schon. Verdammte Soße. Gut, jetzt habt euch wieder lieb bitte und genießt den Stream. Hier muss man wirklich schnell sein, ey. Mein Herren. Dann klärt es bitte per persönlicher Nachricht, per Flüstern. Aber jetzt hier nicht im Allgemeinschat, wenn ihr ein Problem mit Mann hat. Ansonsten, wenn hier bloß rumgemault wird, dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Auf 100% ist das ganze Spiel irgendwie ekelhaft, finde ich. Wir möchten hier halt nur ein nettes und gemütliches Beisammenshaben und... Na. Genau. Leute, hat es. Hat es. Wer sie findet, darf sie behalten. Kettentherapie in Igis heißt es Ruhlenfestung. So. Alter, das ist aber auch viel Sinn mit den Ketten. So. Ai, 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 ai. Hahaha. Da. Ich hätte ein bisschen besser aufpassen müssen. Da hat mich doch die Lavasuppe erwischt. Mal gucken, wir haben noch so viele Items. Viele. Ich... Gänsefüßchen. Viele Items. So. Aber das kriegen wir schon krachen. Und Iggy werden wir dann mal so herrlich in die Pfeife rauchen. In der Pfeife rauchen. Äh, keine Ahnung wie. Mir ist auch wichtig, dass ich diesen scheiß Limonaden-Dschungel hier hinter mich bringe. Weil der ist wirklich scheiße. Wie wir ja alle wissen. So. Richtig Spaß macht, das hier zu zweit durchzuhuschen. Alter. So. Alter. Das war mies. Das war mies. So. So. Na, dann haben wir es doch. Wie gesagt, wenn man sich hier noch die Coins holt, dann... Ist man echt am Arsch, würde ich sagen. Hm. 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 Na gut, der Dreck hat genug Skill. Na ja. Ach, das Ding. Jetzt kommt dieses komische Viech, ja, ja, ist klar. Bam. So. Bam. So. Shit. Wir müssen aufpassen vor diesem... ...gefräst hier ein Riesenviech. Ach, verdammt. Wir haben ihn. Wir haben ihn. Wir können speichern. Wir müssen den Scheiß nicht nochmal machen. Wow. Nicht schlecht. Äh. Na ja, liebe Sunny, man sollte schon eine gute Feuerversicherung kamen, wenn man so ein Lava-Feed zu Hause hat. Aber Lemmy hat verschissen. So. Kann dies minen? Oh, hier kommen richtig fiese, böse Sachen. So. So. Aufpassen, Fuzzis, Fuzzis. Fuzzis sind scheiße. Ich mag dir nicht. So. Alter. So, hier bräuchte man einen Minipilz, alles klar. Ach ja, gut, dass ich mir vorgenommen habe, hier einfach nur so ein bisschen durchzuraschen. So. Fuzzis. Ja, so könnte man sie ja vielleicht auch nennen, ne? Fuzzis. Ach, wir haben es schon. Gut, supi. Aber ich habe jetzt schon im Schnitt weniger Tode als gestern, glaube ich. So. Jetzt mach mal Push the Button. Push the Button. Oh, hier heißt es, wieder Schwimmen, oder? Oh, dieses Scheiß fähig, alles klar. So. So. Zapperlot. Wer kann denn sowas ahnen? Oh, hat einer den kleinen Luigi gesehen? Hui! So. Äh, auch durch. Ja, das stimmt.